Ja, Shadow ist neuer Taktik, es ist auch so, um hier hinten einfach erstmal beim Start kurz stehen zu bleiben. Ja, damit ich nicht in der ersten Kurve gedreht werde. Gut gemacht, Shadow. Ja, und ich bin raus. Und ich auch gleich, glaube ich. Oder? Nee. Wow! Wo kam denn dieser Shadow gerade her? Eigentlich wollte ich hinten bleiben und dann schießen und dabei habe ich mich dann gedreht. Warum fahre ich jetzt ein Panzer? Was soll das? Hast du scheinbar irgendein extra Ding aufgesammelt. Ah, ist das ein doofer Spielmodus. Nee, was habt ihr gemacht? Ich habe keine Ahnung. BTF. Aber warum könnt ihr nicht mal normal starten? Echt? Ich sah doch einfach mal gerade aus. Eeeeee. Ja. Ah, ha, ha, ha. Ich hatte eine Rakete, die habe ich dir in den Arsch geschossen, kurz bevor er mich berührt hat. Aber ich habe mich doch gleichzeitig mit dem Tron-Bike kaputt gemacht. Ja, äh, anscheinend nicht. Bei mir war ich noch am Leben. Fiko war ich sogar. Und dann drehte sich die Kamera. Ja, das war es, glaube ich. Ja, äh, das Tron-Bike von Stormy hat mich getötet. Äh, umgedrehte Steuerung. Fief, fief, fief. Alter. Ach, haben dann alle die umgedrehte Steuerung? Auch der, der es auslöst? Nein. Achso, Fjalk, du hattest das noch ausgelöst, bevor du gestorben bist, oder? Ja. Uh, zweimal gewonnen. Okay. Ja, Fjalk, was ist los? Ich kann euch übrigens einen Tipp geben. Wenn er bei mir zuschaut, äh, eventuell schaut die Folge beim Banken, dann... Nee, es lohnt sich nicht. Mehr. Nee, überhaupt nicht. Ich sterbe ja auch total häufig als Erster. Wow. Ah. Geht doch mal weg. Nein, nein, nein. Nee, keiner manierlich fährt. Toll. Was soll denn das? Das wollte ich nicht. Ich bin aber auch schon im Arsch. Du rammst mich aber immer. Ich ramm jeden immer, weil ich mit der Steuerung da überhaupt nicht klarkomme gerade. Ich bremse ja nicht mal irgendwie in irgendeiner Form. Ich fahr einfach nur. Das ist wie ein normales Auto recken. Nein, ich hab mich selbst umgebracht. Wir kriegen jetzt den Punkt dafür. Ach, keiner. Nein, ich bin so blöd. Wieso habe ich ihn nicht noch ein Stück weiter vorfahren lassen? Echt? Ja. Schon wieder ein Stormeater. Was? Nein, ich wurde rausgedreht gerade. Auf der anderen Seite drüben. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Glaub den Bacon. Das ist voll vertrauenswürdig und so. Deswegen bin ich auch jetzt gestorben, weil mich der Bacon hier rausgedrängt hat. Ich kann es aber selten auch leider auf andere schieben. Ja, was war das? Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist bei mir alles verschwommen gewesen. Jetzt bin ich gerade wieder, glaube ich, so ein komischer Gabelstapler. Ach, irgendwie hätte ich das ganz gerne wie bei diesem einen neuen Spiel Blood Party, dass man, wenn man als Zuschauer unterwegs ist, die anderen Spieler, die man beobachtet, mit Gemüse und Stühlen bewerfen kann. Dann hätte ich jetzt nämlich das grüne Auto beschmissen mit allem, was ich hab. Ja. Was machst du denn? Oh, ich dachte schon, ich schaff den Sprung nicht mehr. Ich hab versucht, mich wieder gerade zu drehen. Du hast mich nicht gelassen. Es sind ja beide tot. Ja, es hätte doch gereicht, wenn du tot bist. Das hast du dann nicht ganz klar angestellt. Wer weg macht den? Das ist nicht... Keiner im Punkt. Ja, es kann ein bisschen länger dauern. Ich glaub, das wird eine Doppel-Episode hier. Ja, viel zu lang. Ja, ich mag das einfach nicht. Episoden, die länger als... Das Interest ist sowieso schon viel zu voll. Denkt doch mal mit. Das war ich alle. Ich bin auch gleich wieder raus. Ich wollte ja mal gern einen Punkt bekommen. Oh, Shadow. Das war jetzt aber nicht nett. Shadow will nur nicht, dass ich gewinne, glaube ich. Nee, ich hab gerade versucht, die Bombe abzusetzen. Das hat nicht geklappt. Irgendwie, ihr könnt euch schon mal freuen. Ich hab Tiny Carp auch in der zweiten Playlist drückt. Das finde ich nicht. Nee, aber... Ich finde das gut. Also, ich würde auch wahrscheinlich wieder machen mit zwei Runden. Also, dass du zwei Runden gewinnen musst. Vielleicht nur drei Runden oder so. Ja, jeweils drei Siege. Oder... Das wäre einfach kurz, bevor wir dann anfangen, dass wir dann eben kurz gucken, wie man das einstellen kann. Oder drei Runden und zwei Siege. Ich kann es einstellen. Ja. Okay. Was war das? Gut, dass ich nochmal gezuckt hab. Rakete? Oh, scheiße. Bist du gerade unter die Strecke gesprungen? Ja, weil ich nicht genug Schwung hatte. Nicht nur du. Ja. Ach, Fjag hat der S3. DTS. Hör auf! Geh doch da mal wieder weg davon. Hör auf mich zu schicken. Keiner mag den Shadow. Das war... Äh, nein, 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 nein! Ah, Shadow. Du fährst voll. Shadow, hast du nur eine gedrehte Steuerung? Wie kommt das denn? Weiß ich nicht. Entschuldigung. Diese Schadenfreude. Man sollte nur Entschuldigung sagen, wenn man es auch so meint. Hör auf! Ich muss... Ich muss... ... ... Ja, super, ne Bombe, die bringt einem jetzt ja mal so gar nix. Zumindest, also, zumindest mir als Zweiten bringt die Bombe ja grad mal so gar nix. Ja, jetzt warten, bis du ein bisschen vorbei bist und... Nein! Ich schieße auch noch daneben, Michini. Also keine Lenkraketen? Nee. Nee, die gibt's ja auch. Ach, scheiße. Ich dachte, der Flyers nimmt das und bin deswegen nicht rübergefahren. Oh, Entschuldigung. Sollte dich mit der Luftröhre trinken. Fjall, Fjall, Fjall. Nein! Warum machst du das? Mach das nicht. Ich wollte das auch gar nix. Ja, ähm, wenn du jetzt nicht einen riesen Fahrfehler machst. Ich glaube nicht. Schade ist, dass man das Piepsen als Zuschauer nicht hört. Ja, das ist schade. Es könnte jetzt die letzte Runde sein. Könnte. Aber wir wollen ja nicht den Druck aufs Jalk erhöhen. Oh, ich weiß nicht, ob ich genug Schwung hab. Es kann sein, dass wir... Oh, ne. Ich wollte gerade sagen, wir fallen jetzt alle runter. Ah, äh. Ah, hab ich da versehen? Nicht eure Steuerung gedreht? Das tut mir leid. Ich bin so doof. Ich krieg's nicht hin. Hä? Oh man, bis du dich mal darauf eingestellt hast, dass die Steuerung gedreht ist, ist wieder normal. Ich muss mich drauf konzentrieren zu bremsen und dann muss ich auch noch links und rechts vertauschen. Also Multitask gegen meinem Alter. Ich bin ein Stormy-Sandwich gerade. Was denn los mit euch? Upen hilft dir anscheinend auch nicht. Aber können wir uns mal aufhören? Das gibt's doch nicht. Tschüss. Neeein. Ach du. Hast du, glaube ich, gut aufgepasst. Mhm. Was macht denn das? Du kannst mich damit rammen. Also du könntest mich von hinten irgendwie hochheben. Ah, okay. Mein Gott, vielleicht kriegt er schon gleich einen Punkt. Nee. Vielleicht ja vielleicht. Sonst geht's auch wieder gleich von vorne los, ne? Mit 0-0. Wenn ich einen Punkt mache. Hm. Ich bin endlich vorbei. Ah nee. Hast du jetzt die Runde gewonnen? Ja. Schön. Dann geht's von vorne los. Ja. Mit einem schönen Looping. Ja, wie ich gesagt habe. Ich glaube, wir machen eine Doppelfolge drauf. Ja. Oder vielleicht Doppelfolge. Doppelfolge. Ja, ich meine, wenn jetzt, äh, Shadow, wenn du jetzt gewinnst und der Stormy dann auch eine Runde gewinnt. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, dass du gewinnst. Also wenn jetzt der Stormy gewinnt, dann. Ach, das ist genauso unwahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich unwahrscheinlich. So, jetzt muss wieder neu geladen werden. Ja. Jeder Modus wird erstmal jetzt komplett neu generiert. Ja, aber ein cooler Modus. Wie, aber ich dachte gerade, wir fahren nach unten. Nee. Das wäre ja richtig assig, weil dann ist ja links, rechts auch schon die ganze Zeit noch raus. Mein Klaus-Auge wird immer schlimmer. Ich bin aber nicht sicher aus wie ein Fakander. Nur, kein süßer. Durch die, durch die, äh, Abschnittsdinger zu fahren, bringt einem das überhaupt was? Ja, das ist in Kontrollen. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, und ich glaube, der, wer hat, Shadow hat den Punkt bekommen. Weil wir alle gestorben sind. Ja, Shadow. Ja, klar, ich bin der Beste. Ohne was zu machen. Ohne jeden Skill. Ja. Weil wir uns zu dritt gegenseitig rausgeworfen haben. Was heißt denn hier zu dritt? Das wart ihr beide gegen mich. Was? Ich wollte euch eigentlich, ich wollte euch dort eben vorlassen. Das ist eine schlechte Idee, in dieses Panzerauto hinten reinzufahren. Bist du tot? Nee, aber das bremst saumäßig aus. Ja, okay. Aber jetzt bin ich tot. Ich finde, diese Leitplanken, die sind viel zu stoppend. Wenn man so einmal so kurz gegenkommt, dann ist man direkt gedreht und raus. Das ist zumindest für die Hälfte meiner Tode verantwortlich. Nein, ich bin so blöd. Sehr gut. Weil man führt der Shadow ja immer noch in dieser Runde. So viel zum Thema ist unwahrscheinlich, dass der Shadow gewinnt. Ey, ein Punkt. Ja, jetzt beginnt dein Siegeszug. Pass nur auf. Nein, zumindest nicht in dieser Runde. Da habe ich ihn nämlich gerade eben über die Bande rausgehebelt. Ja, das ist ein weiteres Drittel meiner Tode. Da fehlt echt so der Sound ein bisschen. Nein, ich habe mich gedreht. Okay, damit bin ich tot. Ich halte schon mal an. Das gibt es doch nicht. Wie? Habt ihr da vorne Scheiße gebaut? Ich noch nicht. Wie passt eigentlich? Na ja, ne, Stormy ist ja noch recht nah dran. Ach scheiße, Stormy. Hast du da zu spät die Bombe abgelegt? Oder? Äh, ne. Ich habe nur aus Versehen die Taste gedrückt. Oh. Es könnte ein Punkt für einen Stormy sein. Oh. Ja, oder auch nicht. Warst du wohl zu schnell? Aber da bräuchtest du den Falk jetzt vor dir. Weil das Geile bei diesem Auto ist ja die Rakete, die du dann einfach abschießen kannst. Das ist schon ein bisschen gemein. Das hat ja gar keine Maske auf in dem Auto. Ja. Sieht ja schrecklich aus. Ich sehe genauso aus wie du. Ich könnte dein Zwilling sein mit pinken Haaren. Tschüss, Shadow. Ja. Das sah ein bisschen lustig aus. Das ist perfekt. Ja. Hörst du wie ich lache? Ja, ich höre es genau. Nein, tu das nicht, Bacon. Fjalk müde, fjalk schlafen. Das Auto hat sich auf den Kopf gelegt. Ah, scheiße. Wollten wir uns einsammeln? Ja. Ich fand das besser, als du noch nicht wusstest, wie es geht. Weißt du immer noch nicht. Alter, diese beschissenen... Jetzt ist es vorbei. Die Leitplanken. Ja. Ja. Peng, 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 peng. So. Ach ja. Der Grüne. Ja. Irgendwann muss dieser Modus ja auch mal zu Ende gehen. Ja, dann lass mal doch mal den Fjall-Kit gewinnen, bitte. Na, reicht ja auch, wenn ich die ganze Zeit gewinne. Aber Becken, geht's noch? Du hast dich die ganze Zeit in mich reingerammt. Ich habe überhaupt nichts gerammt. Ich habe keine Kontrolle über das Auto gehabt. Schade, dann lass mal den Fjall gewinnen. Das finde ich gut. Ne, doch. Da war alle ein Punkt. Da hat sich mal ein Loch in mein Auto geschossen. Weil sogar. Wie unhöflich. Echt. Ja, irgendwen muss dich ja beschießen. Nein. Doch. Oh Gott. Scheiß Steuerung. Tschüss. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Dann lass den Fjall-Tmal gewinnen. Mal gucken, wenn er besser ist als ich. Ja, ich wär. Ne, im Moment ist es mir egal. Wir haben ja alle... Alle einen Punkt, erstaunlicherweise. Ja, vergiss es. Das kann ich... Oh, naja, aber... Der Dreher war zu viel. Aber ich musste dort Fjall-Kram, weil ich durfte Fjall nicht vor mich lassen. Ja, das stimmt. Fjall hat einen Punkt erzielt. Müsst ihr mich schon wieder zum Sandwich machen? Was habt ihr denn heute mit mir? Das wäre ja okay, wenn du dann wenig gerade lenken würdest. Wer liegt denn da auf dem Kopf und schießt dir ganz? Ja, das dürfte ein Punkt für Stormy, glaube ich, werden. Sicher? Da stand gerade ein pinkes Auto mitten auf der Strecke. WTF? Hä? Wir hätten jetzt einen Punkt gemacht. Stormy. Ja. Hä? Ne, unentschieden. Alle Fahrer sind gestorben. Steht hier. Versteht, aber Stormy hat einen Punkt bekommen. Aber Stormy hat bei mir auch immer noch einen von fünf Frauen. Ja. Stimmt. Ich fand das gerade sehr komisch. Da stand auf einmal ein pinkes Auto mitten auf der Straße und dann bin ich aus dem Nichts explodiert. Oh, Kackleitplanke. Tja, Shadow, du bist auch, glaube ich, dabei gestorben. Ich habe gerade einen Punkt bekommen angeblich. Ja. Einfach mal die sterben. Ich finde aber echt fasziniert, dass Stormy direkt nach dem Start immer nach links und rechts kommt. Ja, Stormy kommt immer nach links. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ihn in den Nichtrahmen. Nein, ich bin runtergefahren. Aber immerhin habe ich auch irgendwen mit runtergerissen. Ja, mich. Ey, wenn der Shadow nochmal irgendwann bei irgendeinem Regen rummeckert, dass ihn jemand gedreht hätte oder sonst irgendwas, ne? Ja. Absolut zu Recht. Jedes Mal. Hast du alles verdient. Ich habe es auch gar nicht gemacht. Ich bin nur gefahren. Mhm. Ich habe Stormy noch nicht mehr berührt. Und jetzt, Stormy, du ziehst schon nach links, bevor ich dich berühre mittlerweile. Ja, in der Hoffnung, irgendwie dem Zusammenstoß entgehen zu können. Ah, ich bin tot, glaube ich. Nein, Stormy. Hui. Nicht auf mich drauflanden. Ob das noch was hilft, ist die andere Frage. Nein. Ich bin an allem vorbei. Ich auch. Ja, wie Mario Kart hier. Wieder nichts bekommen. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Leitplanke. Ah, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ah, da war auch auf einmal ein lilanes Auto auf der Strecke. Das ist wahrscheinlich, äh, wo Fjalk gestorben ist? Nee. Nee, kann ja nicht sein. Ich bin auf dem Beschleunungsstreifen gestorben. Hey, hab einen Punkt. Außerdem war bei mir ja vorhin ein pinkes Auto gestanden und ich bin ja der einzige Pinke. Der Grüne ist viel schneller losgefahren. An Fieldstart. Nee, ihr fahrt einfach nur mal nicht sofort los, glaube ich. Okay. Das erste Mal, dass es geklappt hat. Oh, Fjalk, überlebst? Hast du es überle... Oh, okay. Das hast du überlebt? Echt? Fjalk schummelt. Das größte Spiel ist vorher fertig gewesen, bevor ich ja aber dieses Ding ist geproben. Dieser Bacon, ne? Ey, dieser Stormy. Wieso ich? Ja, aber was soll ich ein anderes machen, wenn mich der Bacon von rechts rüber rammt? Das ist Fjalk, der in dich reinfährt, weil ich in Stormy reinfahre, Stormy in Fjalk reinfährt. Und da bleibst du auch noch stehen. Was hast du davon? Weil ich bin wahrscheinlich zu weit weg. Nee. Aber Fjalk, ich hätte es jetzt anders gemacht. Ich hätte den Shadow überholen lassen. Also, früher. Ja. Aber ich wusste ja gar nicht, dass er schon so nah dran ist. Ich kann ja nicht einfach stehen bleiben. Ja. Außerdem, haben wir ja das noch hier. Oh, oh, ja. Okay, das war's. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's direkt gebremst, aber links und rechts wieder vergessen. Ich glaub, sind's vorbei, ne? Ja, aber wie schade. So ne kurze Folge. Wir sind vorbei, Mann. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist ein cooler Modus. Ja, nur ein bisschen kürzer nächstes Mal. Ja, ein Tick kürzer. 45.000 Dollar. Geil. Ja, dann sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal schon mal, ne? Bis denn. Bis denn. Tööö. 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 Tööö.